Da war, also das Studio ist ja hier, Daniel Diebdive, die Webinare. Da haben wir früher eine, zwei Wochen ein Webinar gehabt mit verschiedenen Leuten. Ich weiß nicht, passend, du müsstest bestimmt auch ausgespielt haben. Ja, ich hab ein bisschen Research gemacht und hab geguckt. Also, ich mach das immer so. Ich geh auf die Internetseite gucken, Impresse und dann haben die Leute zuordnet. Genau. Habe ich dich nicht gefunden. Da steh ich nicht drin. Genau, das ist auch so ein Thema. Also, partizipativ, oder? Ja, wir machen, also, Dental Diebdive war sozusagen meine Idee, ja. Aber das ist jetzt zu viel für mich jetzt gewesen, mit den ganzen Praxen. Und deswegen hab ich den Jungs in dir so weit. Alles gut. Dass ich da sehe, was ihr hier macht, hier, finde ich sehr professionell. Vom Corporate Design, Corporate Identity. Ja. Und ja, genau. Deswegen, die Jungs machen das ganz gut. Und du kriegst Prozente? Genau. So, ich bin dann abends einmal dabei und dann moderiere ich. Du kommst einmal in der Woche mit der Schubkarre und dann ... Genau, sozusagen. Schön wär's, schön wär's, wenn's ne Schubkarre wär.